Willkommen am KIT. Wir sind die Fakultät für Maschinenbau und wir haben heute unseren Maschinenbautag. Das heißt, das ist der Tag, an den wir die Bachelorzeugnisse, die Masterzeugnisse übergeben. Gleichzeitig haben wir eine große Ausstellung, wo wir den Studierenden zeigen, welche Fachgebiete es gibt. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Interroll heute da ist, weil Fördertechnik ist ja so ein Gebiet, was man an einem Stand schwer erklären kann. Und mit dem ganzen Truck kann man ein bisschen besser zeigen, was da alles dahinter steckt. Wir haben grundsätzlich als KIT das Thema Energie und Energieeffizienz stark im Fokus und da sind auch wir Fördertechniker gefragt, da was beizubringen. Also Interroll habe ich persönlich jetzt noch nicht gekannt, aber es war auf jeden Fall mal so interessant zu sehen, vor allem wie logistisch das Ganze dann in der Welt halt so dann auch abgeht, sag ich mal. Ich fand es auch cool, jetzt am Ende der Film, da hat man auch in die Hallen reinschauen können, wie die Leute da sind, auch zu wissen, dass es alles global agiert. Fand ich sehr interessant und schön zu wissen. Ich habe schon viel gesehen, was Firmen hier so auffordern am Campus, aber das, was Interroll macht, das ist wirklich einzig alles. Ja, wir sind hier auf dem Maschinenbautag und bin jetzt hier bei Interroll vorbeigekommen und muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Truck, was ja alles zu sehen ist. Die Leute hier, die Studenten, die Stimmung, einfach fantastisch, schöner Tag und dann hier noch mit Intralogistik, ein perfektes Match. Wir, die sind hier bei Interrollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020